1 hallo liebe leute heute ein neues video von mir heute mit niklas mit arthur und mir heute spielen wir wollten 1 gegen 1 gegen 1 also der ist ein jahr um nur zu klären mir der beste beste und wer das schlechteste ist ja nein der wird du kommst nicht rein ich stelle mich mal auf nicht stürmen ich stelle ich auch mal auf nicht stürmen da kann ich niemand einladen okay wechselst du ne map oder so peace wechselst du ne map warte er ist auf nikki aus weil er angibt weil er wahrscheinlich auch das schlechteste ist wird ich nehme meine lippchen sag sehr viel gewünscht in die mitte also sie nehme ich immer sie nehme ich immer wir dürfen unsere bräule nicht zeigen ah sie sitzt noch da sonst kann ich mich nicht an kannst du sehen doch da liegt doch da so jetzt haben wir geklärt wo alle sitzen ich habe einen brawler auf jeden fall ich würde den ton ausmachen ich habe einen anderen genommen ich habe gehört wer das war ich habe gewechselt nikki ich habe richtig schnell gewechselt ich habe das trainiert Dustin war dabei nur Dustin ja mein internet pack gerade ab keine sorge und sterb in der internet zum für ich habe 4 ich habe 4 ich habe 4 ich habe 4 so äh da ist Arte verdammt ich hätte niki fast killen können ich bin letzter geworden warte ersten platz gibt es zwei punkte zwei ja ein und kein punkt so jetzt hast du an zwei es das spielen so als hast du dir einen ein wapp aussuchen da ja ich glaube wir werden jetzt verlieren ich hab dich als erst getötet das war gleichzeitig gleichzeitig ich bin heute ok 0 punkte ich bekomme 3232 so jetzt will ich mir immer aus jetzt sehe ich mir eine map aus das wird flugfantasie ja flugfantasie ähm ich nehm die oder der ich nehm Essie sag ich extra jetzt zum verwirrung ich nicht ja wir sollen ein paar pen genommen haben doch du bist mord ist ja gar natürlich bist du mord ist ja und artist mord ist ich hab's auf band ich hab's auf band art ich hab's auf band ich hab's auf band dass du das äh da wird sieht man dass du dass du da an der seite mit mord bist du musst auch sagen es sind bots ich warte ich kann ja ich kann jetzt eigentlich noch schicken ich muss jetzt nur chillen nur chillen ja 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 chill ist klar ich muss jetzt eigentlich nur chillen ausrichen äh Oh, ihr verschwurz... Junge! Und der? Junge, zieh ihn! Nein! Oh Gott, gegen Niki! Nö! Zeig! Ah! Selber Zeig! Versammte Zeigung! Ey, ich weiß was, ich weiß was. Und ich wusste es nicht, ich wusste es nicht! Der Zöger ist doch nicht so heraus, Arte. Wir wissen alle, dass ich gewonnen habe. Nee. Gewinnen kannst du jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Klar, wenn du wüsstest. Ich bin Mortis als Brawler. Ey, das... Wow! Trotzdem schaffst du es nicht. Ja klar, musst du dich gegen Elsky's machen. Ja sag ich doch, das ist unnötig. Egal, trotzdem. Da bist du hier schon bereit. Ja, nicht bereit machen alle. Äh, Niki darf die deine Map auswählen. Ja, warte. Ich schreib noch ganz kurz die Punkte auf. Mir zwei. Ich krieg einen. So, jetzt ist es unentschieden. Der erste, der drei hat, hat gewonnen. Aber im Moment haben alle drei. Ich dachte, der erste... Wer ist der erste, der zehn hat? Nee. Weil sonst hätte Niki ja schon gewonnen. Stimmt. So, Niki, welche Map? Oh, die! Oh ne, ich hasse die. Die. Die ist im Moment auch noch dran. Die ist im Moment auch noch dran. Ja, komm. Wo ist Dornedünen? Da hat Dornedünen. Ich hasse Dornedünen. Das wird weh tun. Wer weiß, welchen Bode ich hab? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Der wird auf jeden Fall. Kann ich jetzt schon mal vorhaben. Ja, ich bin tot. Das ist tot. Jawohl. Auf jeden Fall. Hör hervor, jetzt schüpfst du noch mal Arthur. Von einem. Oder schieß dich noch in den Bot. Ah, Arthur ist Rico. Wie sagst du das? Haha. Arthur ist Rico. Nice. Weiß wer ich bin? Dich hab ich noch nicht gesehen. Arthur wird fast von Jesse Hobbs genommen. Und ein Bull fast von mir. Jo, der ist noch, der ist noch. Komm, komm, komm. Komm zu mir. Komm zu mir Bull. Komm, komm, komm. 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 Ja, Jesse ist gestorben. Ja, Arthur. Arthur. Arthur, okay. So. Arthur, neun Powerclips, Niki. Wie fühlst du? Drei. Wow. Man guckt mir, man guckt mir eigentlich mal zu. Gar nicht. Ich sehe Arthur. Ich sehe Arthur. Wer bist du, Niki? Cool. Alles auf. Ja. Schütz. Das hast du verloren. Ich bin der Ovidie verstanden. Das. Oh. Trotzdem wirst du das nicht gewinnen, Niklas. Ja. Ich bleibe einfach auf. Niki, lass dich einfach drücken. Wir wissen alle, dass du gewonnen hast. Es ist genauso aussichtslos für Niki, wie in der letzten Runde für Arthur. Ich treffe das immer noch. Ich glaube, alle Bälle müssen einmal treffen und dann bin ich schon da unten. Niki, du verzögerst mir Zeit. Du gewinnst das nicht mehr. Oh. 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 Fünf, Arthur, äh, vier. So, Arthur, äh, Arthur, äh, Arthur jetzt entscheiden. Ähm, doppelte Ärger. Ähm, doppelte Ärger. Da, doppelte Ärger, Solo. Jeder weiß, wen ich da nehme. Nein. Was, nein? Hat er nicht gemacht. Meinst du mich? Hat Arthur jetzt nicht gewählt. Halber? Nee, schmeiß nicht den Wohler, sondern die Läppchen. Knoll, warum nicht? Ja, lager mich, warum nicht? Erstmal einer sterben. Geil. Oh, einer will mich kiemen. Wofür darfst du nach Spike? Au, 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 271 AP. 271 AP. Ich hab weniger als 271. Ja, Nick hätte auch Spike. Nick hätte genau die gleiche Idee wie ich. Okay, das bedeutet, darfst du nur du gegen ich? Ich dachte, Spike hast du und das. Ich durfte nicht. Ich durfte nicht, ich hab letzte ohne gehabt. Nein, nein, nein. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, hat die jetzt auch rausgelegt. Oh, aber kann ich dadurch schon ein bisschen treffen? Nein. Komm, lass dich töten. Okay. Wow. Diese eine schlussweise... Also, komm, lass dich jetzt auch töten. Ich will gewinnen. Nick hat sich auch in Schaudern töten lassen. Ja, also. Lass dich töten. So. Ja, jetzt haben wir schon die Punkte wieder zurückgehoben. Das heißt, Arthur hat jetzt... Hat jetzt nicht 4, sondern 6. Nick hat immer noch 5. Und ich habe 4. Welche Map? Warte, ich nehme mal... ...ne gute Map. So. Was geht's denn für? Äh, ich nehme mal... ...die Map. Was ist? Schäbel, Leute. Oh. Warte, ich hab falsch... Ich hab sogar genau den... ...den ich im Baudamm. Ich auch. Flossgebirge. Alles neu für Deiner Mike. Okay, nach Nickis Frage ist das halt... Ist das schon Deiner Mike? Hat das schon Deiner Mike nach Nickis Aus... Ja, Nicki hat Deiner Mike. Echt jetzt? Ja. Oh wow. Nicki, weißt du, wen ich habe? Bull. Echt jetzt? Ja. Oh, oh, oh. Ich hab ihn gesehen. Ah. Wie viele Küche habt ihr? Ich hab schon 4, gleich 5. Deiner hat 16. Deine geht. Boom. Boom, boom, boom. Du brauchst nicht kommen. Ich hab meine fucking Holt hier. Wow. Ich hab 8 Küche und 7. Ich hab Nicki gehabt. Ah. Ah, schön zu wissen. Out of Bibi. Ich hab noch einen Küche für die Küche. Der hat wirklich noch einen Küche. So, ich hab jetzt 8. Ich weiß, wo das nicht ist. Ah, ja, da kommt auch der Grund. Da kommt's. Da kommt's. Da kommt der. Ja, klar. Ach, der weg. Du kleine, lowe Sau, Digga. Willst du ja? Komm? Dann komm ruhig her. Dann töd ich dich. Okay, komm her. Lass mich nur ganz kurz weg gehen. Nein, nein, komm ich. Okay, komm her. Boom. 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 Da komm zu mir. Kommt du zu mir? Kommt du zu mir? Ja, ich komm so. Geht euch gegenseitig in den Weg. Boom. Boom. Home-one fackt mal ab. Ja, die Home-one. Die fackt mal ab. Die Mitte musste... Wenn mir leckt. Wenn mir gerade Stillstand. Na, na. Du musst den zweiten facken. Also, nein. Zieh ich auf die Mitte. Nein! So, das heißt, jetzt hab ich fünf Striche. Fünf Punkte. Niki hat sechs... Ja, fünf Punkte. Und Arto hat sieben Punkte. Hä? Das ist zwei. Ach so, dann hat Arto acht Punkte. Arto, du musst nur einmal gewinnen, hat er schon gewonnen. 106. So, alles oder nichts. Alles oder nichts. Jetzt kommt alles oder nichts. Hä? Ich bin da. Nein, jetzt kommt alles oder nichts. Weil es letzte Runde sein kann, deswegen. Ja. Ich bin jetzt alles oder nichts, bis es ein Gewinner ist. Weil es schon für mich die letzte Runde sein kann. Wenn Arto jetzt gewinnt, dann kann es schon die letzte Runde sein. Alles oder nichts. Ich hab's nicht gewonnen. Dann muss ich halt eine kluge Wahl nehmen. Ihr seht jetzt schon, welchen Brawler ich gefehlt habe. Ich bleib aber zu 100% bei dem Brawler. Kurzer Tipp, ich hab zwei Star-Formen. Nee, komm doch kein Risiko. Kein Risiko. Kurzer Tipp, ich hab auch zwei Star-Formen. Dann muss ich sein. Ich hab auch schon. Okay, wir könnten alle drei denselben haben. Nur was Ose lasken. Arto kann jetzt hier aus dem Büsch kommen, während ich low bin. Ich bin selber low. Ich hab weniger als 2000 Leben. Oh, ich hab weniger als 1000 HP gehabt. Der Kurt greift dich an. Das heißt, er ist weg. Wenn du halt einer von euch da in der Mitte kämpfst. Ich bin echt super bei dir. Nee, aber als 7 Junge, ich raste aus. Nein, im Team bin ich. Das sieht man auch klar in der Aufnahme. Nur wie drei? Ja. Für euch würde ich plätten. Ja, also wenn wir... 9000 HP? Ich hab knapp 10.000. Kämpft ihr mal bitte. Kämpft ihr mal bitte. Lasst mich mal bitte hier in Ruhe. Ja, Jan. Oh, du. Wie ist es? Was für einen Bruder hast du denn, Niki? Polen hat er. Ich war in der Mitte und in dem Moment, wo du weg von dem Kurt gelaufen bist, bin ich den hergelaufen, aber dann bin ich weggelaufen, weil du in die Mitte geschossen hast. Was machst du, Arthur? Du guckst überall nach, außer bei mir. Geil. Back here. Now go away. Ich hab verloren, ich hab verloren. Okay, der Arthur ist erster. So rum. So, Arthur ist erster. Wie wird denn das jetzt? Warte. Platz. So, wir haben beide fünf Sesseln, gibt es jetzt ein spannendes Duell. Ich geh mit in die Runde, aber ich werde nicht fighten. Ich werde direkt in der Sonne sterben und nicht dann zugucken. Du wirst ja direkt in die Sonne sterben. Ja. So, es bleibt aber alles nichts. Anderem. Wie viel steht's? Was? Ähm. Fünf. Äh. Fünf? Es wird interessant. Nicht sechs, fünf. Mal los, ob du es eins brauchen. Du wirst. Zweiter. Es ist sechs, fünf. Nein, ich hab zu sechs, fünf, vier. Ah, ja, ja. Niki, mach. Ich hab direkt erst mal den Lowsten, den ich habe genannt. Auch nicht. Tick. Nein. Cool. Was? Wie viel? Der hat 3300. Der Tick hat wie? Ja, der Tick hat 3080. Niki, geh weg. Du darfst mich nicht holen. Niki, du darfst nicht in die Zone gehen und dann Arthur's Powercube holen. Ich weiß schon, wen Niki genommen hat. Digga, bis die Zone kommt, ne? Ich zähle immer noch hier unten. Ah, jetzt endlich. Okay, ich guck Niki zu. Das Ding ist, jetzt weißt du, wen Niki hat? Ja. Niki hat rosa. Niki, ich würd dir raten, nicht in die Mitte zu gehen. Ich hab jede Menge Powercubes. Ich hab, ich habe acht Powercubes. Ja. Ich zeig mal eben so. 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 Jetzt schon? So. 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 Mach bereit. So. 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 Tidal, ey, du hast wunderpflaster. Na klar. Okay. Noch ein Bot. Und dann geht der Fire los zwischen denen. Ja, die Dinh. Bot 5. Komm zu mir. yourselves Ms. Okay. Okay. Jeder darf jetzt die Ulti aufladen. Dc, du hast die. Niki, komm her. Ich fang an, okay. optics nicht nah kam, nichts nah kam. Okay, warte jetzt an dir Dustin. An mir. Okay, wir haben meine Ulti. Ja, ich bin im Busch, Niki. Ich geh auch in den Busch. Und go. Warte, nee, 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 erst alle regenerieren, alle full? Ja. Okay, los. Verpiss dich, Niki! Zwei Ulti, ist geil! Ich muss mich verpissen, Arthur ist da noch mit Ulti und Wunderpflaster. Er hat auch Wunderpflaster, kacke. Ja! Fuck! Fuck! Ich bin der Schlechteste von uns drei. Arte ist der Beste. So, jetzt haben wir entschieden. Arte ist der Beste von uns drei. Noch eine Runde! Nein. Arte ist der Beste von uns drei. Ich bin der Zwei-Beste. Niki ist der Schlechtste. Ey, nee! Ich könnte mir euch irgendwie eins kriegen. So, und dann würde ich sagen, tschau! Tschüss! Abonnieren nicht vergessen! Tschüss! Abonnieren nicht vergessen, Like nicht vergessen, schau bei Artu, Kürzer, Bro, Artus, YouTube-Kanal, würde ich sagen, tschau! 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 Vielen Dank.